Hahahaha Hahahaha Ja! Ja! Hahahaha! 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 Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei Bakura und seine Kuh. Eine weitere Folge, wie es jeden Tag kommt. Das ist meine Kuh und was ist Bakura? Ja, natürlich. Das ist meine Kuh, das ist toll. Ich mag sie alle, jeden einzelnen. Wen haben wir mit dabei heute? Niko, Maxi, A4B4, Menelik, Jajaj, Chris, Geterroni, Tiras, Killerschancen, Resofuri, BangBang und Potrex. Jo, das waren unsere Mitglieder, Bakura. Ja, natürlich. Die machen immer schön mit. Ich liebe sie. Und das macht richtig viel Spaß. Und jetzt werden wir... Was werden wir? Ja, wir werden da hinten rüber springen über das Auto von Chris. Wer hat so ein flaches Auto? Ja, mal schauen, ob das jeder hinbekommt, Bakura. Das werden wir gleich erfahren. Natürlich... Jetzt. Okay, der Erste darf losfahren, Tiras. Los! Und der Zweite hinterher. Drei Sekunden warten. Äh, zwei Sekunden. So, ja. Okay. Der Nächste bitte. Ja. Nächste. 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 So, und bleibt da auf der Seite, wo ihr... Ähm... Äh, los. Nächste. 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 Killer Johnson ist auch jetzt da. Ja. Nächste. Und der Nächste bitte. So. Mal sehen, wer das alles schafft. Ich komme hinterher. So... Ähm... Das ist so ähnlich, wer kommt weiter. Also dann stehen bleiben. Mal schauen. Oh, ne. Da hat's einer nicht geschafft. Ja. Ich schaff's überm Strand. Ja. Haha. Ich roll aus. Oh, okay. Ich bin hier ungefähr. Maxi ist da vorne. Und... Da vorne ist auch 4B4. Sehr schön. Du hast kein Gas mehr gegeben, ne? Okay. Sehr schön. Sehr schön. Zurück zum Strand bitte. So. So. Dann könnt ihr wieder eine Reihe machen. Und das habt ihr schon. Jetzt kann es auch losgehen. Resophory. Du nicht. Dann ist das Auto vielleicht Schrott. Los. Oh. Das war aber nichts. So. Der Nächste. Einfach vorbeifahren. Genau. Der Nächste bitte. Nächste. 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 Wunderschön. Nächste. Nächste bitte. Nächste. Ja. Danke. Du auch. So. Dann ich. So. Ein bisschen Vorderrad nach oben. Da vorne steht das. So. Schafft ihr das? Oben drauf oder hinten? Ah. Nein. Das war nicht so weit. Oh. Schade. Schade. Okay. Oh. Ich habe ihn umgebracht. So. Alle oben auf den Rummeln. Einmal nach oben. Letztes Mal. Haha. Sowas kann nur mir passieren. Haha. Sowas kann nur mir passieren. Gegen einen Tennisnetz. In der Reihe. Genau. Wunderschön. Wunderschön. Und. Es kann sofort losgehen. Los. Der Erste. Nico. Der Nächste hinterher. Nächste bitte. Der Nächste. Ja. Nächste. Weiter. Weiter. Chris. Chris. Esophori. Ja. Der Nächste. Ja. Menelik. Dann. Und. Killer. So. Ich. Fahr mal vor. Wo ist das Auto? Da. Nein. Nein. Ich bin hier hängen geblieben. Mist. Wer ist im Wasser geflogen? Wer ist alles im Wasser geflogen? Der Squad hat es auch geschafft. Der Squad hat es gar nicht geschafft. Der Squad hat es gar nicht geschafft. Big Bang ist hier. Bang Bang. Und. Und. Menelik hat es bis hier unten hin geschafft. Puttricks auch. Ah. Chris. Der hat es gar nicht geschafft. Guck mal. Einmal winken zu Chris. Der schwimmt da hinten. Da. In den Wasser geflogen. Ja. Da hinten schwimmt der irgendwo. So. Wer zuerst ist schreibt darf alle erledigen. Erledigen. Wie sieht der denn aus? Wie. 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 Ihr an der Seite lehnen. Genau. An der dran kommt. Wunderschön. Wunderschön. Genau. Hier an der Seite lehnen. Bin böse. Ha ha. Jaa. Sehh schon in Ruhe. Du bist der einzigste der rotesice hier rote tischer. Die anderen nicht. Hoi. Das macht Angst. So ein Stier bist du. Ne. Du musst. Gejagt werden. So. Das war's meine Lieben Zuschauer. Danke, dass ihr alle eingeklickt habt bei dieser Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.